Nächsten Biss, aber egal. Sie sind da, die haben Bock jetzt. Ich glaube da ist ein Rampfen hinterher geschossen. So, guten Morgen Spartaner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video. Zanderangeln. Ich bin wieder an dem Elbabschnitt, wo ich beim letzten Mal war, wo ich so nass geworden bin. Ich ziehe mir gerade noch ein Deluxe auf. Einfach heute das Wetter genießen. Ein bisschen windig ist es, aber halb zu wild. Wetter genießen und einfach ein bisschen heilen. Ja, vielleicht den ein oder anderen Zanderangeln. Letztendlich haben wir immer mal vor, ein Catch-and-Cook-Video zu machen. Ja, und dazu benötigt man ja auch mal einen Fisch. Aber seitdem wir, immer wenn wir das anmoderiert haben, wie auch immer, hat es irgendwie nicht so geklappt. Wir hatten viel Glück mit Leifbissen und tollen Fischen. Die Taktik ging auf, aber sobald wir dieses Catch-and-Cook erwähnt haben, hat das nicht so geklappt. Deswegen gucken wir einfach mal heute, was passiert. Einfach ein bisschen angeln. Die Traumvorstellung ist ein bisschen, dass ich alle Spartaner einmal durchfische. Die Tiebe ist ganz gut. Also wir sind im Tiebebereich der Elbe. Und dann würde ich sagen, bleibt einfach dran und wir gucken, was passiert. Das ist mit Lelex 15 Gramm und jetzt kann es losgehen. Das ist mit Leis 23 Jährstre千 Das ist wirklich nichts. Das hat die Taktik gesprochen. An praktisch studiert das Einsatz von Amer special'Das Diyerba問. Normal Vielen Dank, das stimmt schon. Wenn die Taktikbr Cai herben doppelt haben. also man sieht es glaube ich nicht also aktuell ist noch hochwasser das heißt die buhle wird schon sehr sehr klein ich bin hier aber auch nicht an der bühne vom letzten mal die sind leider schon besetzt ist dann leider so wer zuerst kommt mal zuerst bin auch nicht der typ der sich dann dazu stellt und fragt aber noch dabei angeln kann ja die buhle wäre jetzt hier nicht meine erste wahl gewesen aber wenn ich mag der nicht gewinnt also ich habe einfach bock auf angeln wir ein bisschen faulenzen und warum soll hier keine zander stehen auf jeden fall lässt sich diese bühne schon mal hänger frei befischen also das ja auch schon mal was so 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 vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen was zur köderführung beim wind erzählen als allererstes wenn möglich müsst ihr euch immer so drehen dass oder so fischen dass der wind von vorne kommt seitenwind ist einfach tödlich und dann macht ihr nach dem auswurf bringt ihr sofort die rute runter und spitze dass die ganze sehne auf dem wasser ist und gar nicht erst vom wind hin und her geschossen wird und euch den schnurbogen reinhauen und dann merkt ihr sofort den grundkontakt und sobald ihr den ersten grundkontakt spürt fangt ihr an mit dem faulenzen und dann habt ihr so wenig wie möglich schnurbogen ist einfach wichtig wenn wenn ihr eine vernünftige köderführung haben wollt dann müsst ihr zusehen dass dass der wind gar nicht erst eure schnur ergreift weil wenn erst mal ein bisschen schnur im wind rum plattert das kriegt ihr schwer raus und ihr werdet wahrscheinlich werdet ihr die bisse noch spüren aber durch diesen schnurbogen ist es einfach zeitversetzt was ihr merkt vom biss und dementsprechend hat der zander dann wahrscheinlich schon wieder los gelassen und ihr könnt den haken nicht richtig setzen wenn es nicht anders möglich ist und ihr nur mit seitenwind angeln können dann wird es echt tricky und das ist schwer auf jeden fall wichtig ruhig auch ein paar meter ein kurbeln wenn der köder auf die wasseroberfläche trifft dass die schnur schön stramm ist und nichts mit dem wind zu tun hat wenn ihr dann den richtigen bleikopf hat also das richtige gewicht dann könnt ihr auch die gute wenn der köder auf dem grund ist dann wieder hoch nehmen und faulenzen also dann drückt der wind jetzt ein bisschen von vorne gegen aber das kriegt man oftmals noch hin aber wurde ist es ein bisschen schwer weil man einfach sagen muss da hat man nicht viele richtungen wenn man am gleithang angeln will entlang der strömungskante am kanal zum beispiel mache ich es oft so ich wechsel einfach die uferseite dann hat man beispielsweise kann man den gegenwind zum rückenwind machen ist manchmal ganz hilfreich am see kann man das boot drehen nur auf der buhne ist man so ein bisschen eingeschränkt was den wind angeht aber es geht also ich komme jetzt hier in den 15 gramm ganz gut klar absinkphase ist in ordnung kontrolle auch was man auch machen kann wenn es noch heftiger ist mit dem wind und der vielleicht von der seite kommt kann man die rupenspitze einfach ein bisschen tiefer halten je näher man sie richtung wasseroberfläche hält desto weniger spielraum hat der wind mit der sehne nachteil ist natürlich dass tiefer ihr die rupenspitze halten desto geringer ist eure absinkphase oder desto niedriger startet der gummi fisch an so es gab kein biss ich wechsle noch mal die buhne vielleicht werden die anderen auch noch mal frei ich wechsle auf jeden fall erstmal ein zwei buden sind noch frei wechselt nicht den köder wechselt die buhne so leute ich habe noch mal den ganzen abschnitt gewechselt alle bunen waren besetzt der wind wird mehr wasser wird weniger gucken ob ich noch ein fisch ans band bekommen eine sache ist mir auf dem weg eingefallen also ich hatte noch ein gespräch mit dem angler und es ging da um fehlbisse und habe unter anderem auch noch so ein köder grab ein stück vom ast raus gezogen an der letzten bühne und da hingen diverse gummi köder dran und was man immer wieder sieht also wir erzählen immer was von von köderführung und wie ist alles farbwahl köderführung was aber noch nie so richtig erwähnt wurde dass der gummi fisch auch richtig aufgezogen werden muss und ich habe das wie gesagt eben gerade bei dem angler gesehen er hat viele fehlbisse oder viele bisse beklagt und konnte irgendwie wenig verwerten ist dann immer schwer da nicht als klugscheißer dazustehen tipps zu raten tat zur seite zu stehen wie auch immer wichtig ist beim gummi fisch wenn ihr den aufzieht dass er gerade aufgezogen ist und b dass der wirklich dass wir hier zwischen gummi fisch und parken dass da mindestens ein finger drunter passt also zwischen passt das muss richtig viel platz sein dass der haken einfach vernünftig greift wenn ihr dann bis bekommen oftmals sieht man dass ich will jetzt nicht umbauen hier und so zeigen wie es nicht geht aber wenn dieser platz hier nicht ausreichend ist dann kriegt ihr bis so ohne ende vielleicht und für die beste köderführung und den besten köder haben aber ihr verwertet die bisse nicht weil der haken einfach zu wenig platz hat um im zander maul zu greifen ja das noch mal vorweg und jetzt wird geangelt so leute der wind macht es nicht leichter ich werde noch mal die buhne wechseln also die eine buhne ist besetzt okay die andere buhne ist sehr hängerträchtig das weiß ich aber vielleicht geht es da ein bisschen besser vom winter weil die paar meter weiter entfernt liegt und vielleicht ganz so im wind steht ganz so ausprobieren glaubt da ist ein rapfen hinterher geschossen scheiße ich habe leider nicht gesehen was es war aber ich tippe ganz stark auf rap so neu montiert der lelex kriegt auch mal die schaum da habe ich ihn entweder ein ganz kleiner ok oder der war ein bisschen kleiner ja ist jetzt hier vor den füßen ausgeschlitzt mal gucken dann kriege ich auch noch einen zweiten schade aber ich muss auch gestehen der bis nicht wirklich gut zu spüren durch wind weil ich vielleicht geträumt habe wie auch immer dementsprechend saß der haken vielleicht auch nicht richtig er war auf jeden fall zu klein um ihn zu entnehmen für ein catch and cook video so viel vorweg weiß nicht ob ihr das seht aber durch die tide kann ich halt immer weiter vorgehen deswegen muss ich immer mal ein bisschen gucken wie die kamera positioniert ist das heißt ich werde jetzt noch mal zur kamera gehen die kamera um positionieren dass sie auch alles seht habe ich schon mit dem gedanken angefreundet dass ich heute tischlos bleiben hier aufgrund der umstände aber keine zeit für ausreden jetzt wird weitergeangeln auch gelacht wenn ich noch mindestens zu klein da der wind lässt nach das heißt köderführung ist auch wieder deutlich angenehmer strömung hat sich auch ein bisschen verändert das heißt ich komme mir also anfangs habe ich gedacht bei den ersten würfen 15 gramm ist zu wenig noch dann wollte ich erst hochgehen aber es geht mittlerweile also im tidelbereich ändern sich die strömungsverhältnisse ja von pegel zu pegel so dass man immer ein bisschen variieren muss mit den gewichten also bei wenig strömung kann ich hier mit 10 12 gramm fischen etwas mehr 14 15 gramm aber es gibt auch strömungsverhältnisse da gilt man mit 18 oder 20 gramm so so Ah, Mistelbiss. Ah, zaghafter Anfasser. Aber das muss ein kleiner gewesen sein. Aber egal, die sind da, die haben Bock jetzt. Ich glaube, ich habe den Platz ausfindig machen können, wo ich immer hängen bleibe. Weiter geht's. Ja, vielleicht kann ich noch mal kurz ein, zwei Sätze zur Tide-Elbe verlieren. Ich weiß nicht, ob mich manche jetzt vielleicht hier steinigen wollen, aber ich behaupte einfach mal, die Durchschnittsgröße, was man auch eben gerade an dem Biss eventuell gemerkt haben könnte, die Durchschnittsgröße ist eher kleiner. Man kann hier sicherlich auch den einen oder anderen Ausnahmefisch fangen. Aber ich glaube, bis man zu einem guten Zander kommt, muss man sich erst mal durch die ganzen Kleinen durchangeln. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall gibt es hier Tage, wo man richtig gute Frequenzen erreichen kann. Also gerade wer das Zanderangeln gerade für sich entdeckt hat, irgendwie mal üben möchte und an ein Gewässer fahren will, wo man relativ schnell Chancen auf Biss hat, ist mit der Tide-Elbe wirklich gut beraten. Ja, und ansonsten, ja, was die Tide angeht, wenn ihr wissen wollt, wann wir losgehen, wann es sich lohnt, ja, wann die Aussichten auf Zander eigentlich so am besten sind, dann schreibt uns gerne mal an über unseren Blog, über unsere Social Media Profile. Dann verraten wir euch gern, zu welchen Titelständen wir losgehen. So, Sportsbrunnen, ein windiger Angeltag geht zu Ende. Ich fang mich gar nicht so schlecht. Also, nein, Spaß beiseite. Trotz des Windes, man darf das vielleicht an den Tagen nicht so bierernst nehmen, wenn, also ihr könnt bei starken Seitenwind einfach wenig machen. Beherzigt ein bisschen die Tipps, die ich euch gegeben habe, so kann man das ein bisschen minimieren, aber man muss nicht traurig sein, wenn man nicht jeden Biss verwerten kann. Das kann man auch bei optimalen Bedingungen nicht immer. Man kann immer irgendwie feilen an der Taktik, aber ansonsten, ja, ich hatte ein bisschen mit den Buhnen zu kämpfen, ein bisschen mit dem Wind. Die Zeit, die ich geangelt habe, an der einen Buhne war gar nichts, aber ansonsten jetzt hier nochmal zwei Bisse, den halben Fisch, so nicht gelandet. Wäre auch nichts für die Küche gewesen, für ein cooles Video, sei es drum. War ein netter Angeltag. Ich bin nicht nass geworden. Im Vergleich zum letzten Video ist das auch schon ein Vorteil. Ja, Lelex hat den Fisch gebracht. Ich hoffe mal, dass die Rappen und so noch zu sehen sind, die da ein bisschen gesprungen sind. Vielleicht sieht man ja auch den kleinen Zander irgendwie. Ich weiß nicht, wie die Kamera genau positioniert war. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, gerne ein Abo da. Wir wollten uns sowieso mal bedanken. Also unsere Videos finden wir in letzter Zeit irgendwie ganz gut, werden ganz gut angenommen. Es scheint irgendwie zu gefallen. Wir kriegen relativ viel positives Feedback. Das freut uns natürlich, dann machen wir weiter. Schreibt gerne in die Kommentare weiterhin, was euch gefällt oder eben nicht, was ihr euch für die Zukunft wünscht. Bezüglich der Tide Elbe könnt ihr uns gerne anschreiben. Links zu den Ködern sind wie immer in der Videobeschreibung inklusive Rabattcode. Und ansonsten wünsche ich ein dickes Ahoo und wir sehen uns im nächsten Video.